Das war's für heute. Das der BVB nicht ungeschlagen durch die Saison gehen würde, das war sicherlich abzusehen. Trotzdem war es gegen Fortuna Düsseldorf doch ein kleiner Rückschlag. Dennoch steht man an der oberen Tabellenspitze und wollte hier gegen Gladbach im Verfolgerduell den Dreier einfahren. Die erste Möglichkeit gehörte auch den Gastgebern. Das ist Marco Reus, der nach vier Minuten mit diesem Schuss aus knapp 16 Metern aber am Schienbein von Zakaria scheiterte. Dann kam auch Gladbach mal in die gegnerische Hälfte. Guter Ball auf Oskar Wendt. Der bringt die Flanke und da ist Alassane Plea und macht das 0 zu 1. Ganz in der 19. Spielminute, also der Führungstreffer für die Gastmannschaft. Hatte ja unter der Woche 2 zu 0 gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen können. Plea machte da das 2 zu 0. Wie konnte Dortmund darauf reagieren? Sie wollten direkt antworten. Thomas Delaney auf Paco Alcacer. Hatte ja, als er eingewechselt wurde, gegen Düsseldorf getroffen. Jetzt macht er hier zumindest mal einen Warnschuss gegen Jan Sommer. Den kann er aber gut parieren. Der Schweizer ist auf der Hut und möchte wieder zu 0 spielen. Fünf Minuten vor der Pause wieder der BVB. Paco Alcacer diesmal mit dem Flankenball. Brun Larsen mit der Direktabnahme. Der linke Fuß ist aber hier in dieser Situation nicht der richtige gewesen. Aber es ging erstmal mit diesem 0 zu 1 in die Pause. Für den BVB noch kein Rückschlag, denn man ist ja daran gewöhnt, auch zu Hause vor allem Spiele noch umzudringen. Fünf Minuten in der zweiten Halbzeit dann wieder der BVB. Axel Witzel auf Jadon Sancho. Der wird nicht richtig angegriffen. Reus, Delaney bekommt den Ball gleich von Brun Larsen. Wieder Delaney, aber in die Arme von Jan Sommer. Und den fängt er dann ohne Probleme ab. Aber auch Gladbach hatte Möglichkeiten. Stunde gespielt. Das ist dann mal Herrmann. Kein verkehrter Schuss geht, aber dennoch über die Querlatte hinweg. Gab immer wieder diese Möglichkeiten, das 2 zu 0 zu erzielen für Gladbach. Aber sie schafften es einfach nicht. Und so blieb der BVB eben auch ergebnistechnisch noch im Spiel. Axel Witzel, Reus, dann mit dem Ball auf Paco Alcacer. Der setzt sich da gegen Bayer im Laufduell durch und macht in der 69. Spielminute das 1 zu 1. Der Signal Iduna Park, das Westfalenstadion, war wieder hellauf begeistert. Und der Glaube an den Sieg, an den Dreier in diesem wichtigen Spiel war zurückgekehrt. Jan Sommer aus der Distanz diesmal ohne jegliche Möglichkeit, den abzuwerfen. Und der BVB hatte jetzt Blut geleckt und sie spielten noch stringenter nach vorne. Brun Larsen mit der Flanke. Oskar Wendt kann es nicht richtig klären. Und Marco Reus fällt der Ball vor die Füße. Und mit seiner Qualität, mit seiner Schusstechnik hämmert er den Ball in der 73. Minute zum 2 zu 1 in die Maschen. Super Abschluss. Glück, dass er da Zakaria noch tunneln kann. Der ist dann zu platziert geschossen, um den abzuwehren. 2 zu 1 also. Und der BVB hatte jetzt die Möglichkeit, alles klar zu machen. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff. Und das ist Marco Reus an den Pfosten. Marco Reus gegen Jan Sommer. Dann nochmal der Nachschuss von Brun Larsen. Und wieder Pfosten. Unglückliche Szene für den BVB, der in dieser Phase der Partie versäumte, es zu entscheiden. Jetzt kam nochmal Gladbach. Vielleicht ein Lucky Punch. Traore über die rechte Außenbahn. Bringt den langen Ball rein. Der wird verlängert. Strobel und dann Plea auf Florian Neuhaus. 2 zu 2 in der 91. Spielminute. Tatsächlich der Lucky Punch für die Mannschaft von Dieter Hecking. Florian Neuhaus kommt da völlig frei zum Schuss vor. Roman Bürki bleibt dann cool. Und schiebt ihn ein. Borussia Mönchengladbach rettet sich. Also am 17. Spieltag noch einen Punkt in der Schlussminute. Es war ein Topspiel. Mit vielen Möglichkeiten. Mit vielen Toren. Das am Ende zu Recht mit 2 zu 2 zu Ende geht. Der Sieg gegen den FC Schalke 04 war für Bayer Leverkusen extrem wichtig und verlängerte erstmal die Frist von Heiko Herrlich. Aber heute sollte es gegen die Hertha sicherlich den nächsten Dreier geben. Und sie starteten gar nicht verkehrt in diese Partie. Die erste Möglichkeit gehörte hier Kai Havertz, der sich da ein bisschen einfach drehen kann, aber an Jarstein noch scheitert. Aber wieder Havertz, der den Ball auf die rechte Außenbahn legt. Bella Rabi mit der Flanke und Leon Bailey mit dem 1 zu 0 in der achten Spielminute. Die frühe Führung für die Gastgeber, die aber auch zu diesem Zeitpunkt schon absolut in Ordnung ging. Wunderbar gespielt, tolle Flanke. Aber wir werden in der Wiederholung sehen, dass ein Leon Bailey da so frei nicht stehen darf. Wenn einer mit seiner Größe ein Kopfballtor macht, dann weiß man, da läuft irgendwas schief in der Verteidigung. Sowohl Toru Nariga als auch Fabian Lustenberger sind da zu weit weg. Der Ball ist dann gegen die Laufrichtung von Jarstein platziert und er kann sich nicht mehr genug strecken. Mit seiner Länge ist er da auch in dieser Situation trotzdem noch machtlos. Wie konnte die Hertha damit umgehen? Erstmal nicht so gut. Es gab die nächste Möglichkeit für Leverkusen. Sie versuchten es, noch einen draufzulegen vor der Pause. Das ist Havertz, klasse Schuss gegen Jarstein, aber auch eine klasse Parade. Das ist eben überragender Keeper, muss man auf der anderen Seite dann auch wieder zugestehen. Dann kam auch endlich mal die Hertha und zwar so, gar nicht verkehrt. Mittelstädt, super Abschluss, 43. Spielminute, aber Lukas Radetzki ist auch da auf der Hut, kann den Ball parieren. Dennoch war es ein guter und satter Linksschuss von Mittelstädt. Mittelstädt. Es ging mit dem 1 zu 0 zur Pause, zum Pausentee. Es war unter dem Strich eine verdiente Führung, auch wenn Hertha jetzt zum Schluss besser wurde. Jetzt aber wieder Leverkusen mehr am Drücker. Die erste Flanke erstmal an Lustenberger gescheitert, aber Bailey mit dem Nachschuss aus knapp 16 Metern. 52. Spielminute, wieder eine sehr gute Tat von Jarstein. Der sorgte hier dafür, dass Hertha BSC weiterhin so gut in der Partie auch ergebnistechnisch stand. Und jetzt wurden sie mal stärker. Die Elf von Pal Dada hier gewillt, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Davy Selke legt den Ball zurück mit der Hacke und Andrei Duda testet mal Lukas Radetzki. Und die Hertha hatte jetzt wieder eine stärkere Phase in dieser Partie. Guter Abschluss, schön satt getroffen, aber Radetzki fährt die linke Pranke aus. Viertelstunde noch zu spielen. Baumgartlinger und Coa, die haben da eigentlich den Ball sicher. Jetwey dann mit diesem Katastrophenball. Matthew Lecky passt auf, der Abschluss von Radetzki gehalten, aber in der zweiten Instanz ist Davy Selke da und macht in der 78. Spielminute das 1 zu 1. Die Hertha belohnte sich jetzt für eine sehr gute Phase und erzielte so den Ausgleich. Schöne Kopfball-Situation dann am Ende von Davy Selke. Gut pariert erstmal von Radetzki, aber was anderes kann er da gar nicht machen. Dann ist Jetwey, der den Ball so gespielt hatte, auch wieder falsch postiert und Selke kann einköpfen zum 1 zu 1. Das war dann auch das Endresultat. Dieses Unentschieden geht auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn Leverkusen durchaus die Großzahl an Chancen hatte. Sie haben es am Ende nicht geschafft, das in mehr Tore umzumünze. So endet diese Partie mit 1 zu 1. RB Leipzig musste einen Nackenschlag gegen Bayern München hinnehmen. 1 zu 0 verlor man da knapp 10 Minuten vor dem Ende, kassierte man den Treffer. Jetzt wollte man es gegen den SV Werder Bremen, der momentan auf der Stelle tritt, besser machen und nochmal vor der Winterpause punkten. Sie hatten auch die erste Möglichkeit, nach knapp 20 Minuten musste Pavlenka das erstmal wirklich nennenswert eingreifen. Schöner Schuss aus der Distanz, der hätte auch gepasst, aber Pavlenka ist eben da und ein guter Keeper zeigt er hier in dieser Situation. Von Bremen kam nach vorne, leider wirklich zu wenig, dass man kaum etwas davon hätte zeigen können. Stattdessen Leipzig mit den besseren Möglichkeiten. Werner legt sich den Ball selber hoch, schießt dann noch Moisander an, sonst hätte es hier noch gefährlicher werden können. Aber gute Aktion grundsätzlich, die Schulter von Moisander verhindert Schlimmeres. Dann auch mal der Gast aus Bremen. Augustinson bringt die Flanke rein, Upamecano mit dem Fehler und das bestraft Yuya Osako um ein Haar. Hatte gegen Hoffenheim auch eine überragende Möglichkeit, die er aber dann verzog. Und auch hier ist er im Pech. Vor der Pause nochmal Leipzig, Kampel legt auf Jusuf Paulsen, Pavlenka ist aber da und kann wiederum den Führungstreffer verhindern. Die Partie wurde immer besser, weil sie jetzt auch ausgeglichener war. Im zweiten Durchgang war dann aber wieder RB Leipzig besser in der Partie. Flanke, dann Langkamp erstmal halbgar geklärt, dann ist das Halzenberg, legt zu Bruma. Und der Abschluss von Kampel wird aber von Gebre Selassie entschärft. Und wirklich brenzlig wurde es in wenigen Situationen. Im zweiten Durchgang war es dann noch etwas langweiliger. Jetzt nochmal Bremen in der 65. Spielminute. Wieder Augustinson super durchgelassen von Kruse. Und Osako muss spätestens jetzt den Treffer erzielen. Der hätte auch gepasst, aber Upamecano hat aufgepasst und Gulaschi kann sich bedanken, sonst hätte es hier sicherlich 0 zu 1 gestanden. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Timo Werner auf der linken Außenbahn. Spielt auf Marcel Halzenberg. Kevin Kampel hat die Übersicht. Dämme, der Schuss von Sabitzer an den Pfosten. Und Werner steht da, wo ein Torjäger zu stehen hat. Elftes Saisontor für Timo Werner. Und die Führung für RB Leipzig. Da war von den roten Bullen in den letzten Minuten nicht mehr so viel zu sehen. Aber jetzt konnten sie sich mit etwas Glück diesen Treffer erarbeiten. Sabitzer nach Gelbsperre wieder dabei an den Pfosten. Dann Werner auf den Fuß gefallen. Der hatte dann in der 90. Spielminute natürlich auch noch den Doppelpack für die Zuschauer parat. Denn wenn der trifft, dann sind es immer zwei. Sechster Doppelpack in dieser Saison. Damit das zwölfte Saisontor für Timo Werner. Und nach diesem Einwurf von Dämme und der Flanke von Dämme steht Werner in der Mitte zu frei. Wieder kein Abseits. Köpft er das Ding ein. Und so gewinnt dann der Gastgeber mit 2 zu 0 gegen Bremen. Dann müssen sich die Werderaner in der Rückserie wieder ein bisschen enger die Schuhe schmüren. Und dann die Dreier einfahren. In den letzten Wochen läuft es nicht so gut bei den Gästen. Aber Leipzig war eben auch ein starker Kontrahent an diesem Nachmittag. Nach einem kurzen Ab am letzten Samstag, als Stuttgart gewann gegen Hertha beim 2 zu 1, ging es jetzt wieder bergab gegen den VfL Wolfsburg. Verlor man mit 2 zu 0 und war doch alles in allem besonders zum Schluss recht chancenlos. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber den Schwaben. Die Flanke wird reingeschlagen. Der Kopfball von Insua ist auch gar nicht mal so verkehrt. Aber Fehrmann passt auf und kriegt den Ball vor der Linie noch zu fassen. Was war mit Schalke los? Relativ wenig im ersten Durchgang. Benta leppt dann mal mit dem Ball auf Utschübka. Der versucht da die Flanke aber direkt in die Arme von Zieler. Mehr kam von der Elf von Tedesco nicht. Und die ist ja wirklich krisengebeutelt aktuell gegen Leverkusen zu Hause verloren. Und das war wirklich keine schön anzuschauende Partie als königsblauer Fußballfan. Und es schlichen sich immer wieder Fehler ein. Auch das hatte man unter der Woche schon gesehen. Glück in der Situation oder in der Phase, dass es dann mit 0 zu 0 in die Pause gegen der FC Schalke 04 hat. Deutliches Verbesserungspotenzial. Aber auch Stuttgart hatte noch nicht die 100%ige Torchance vorzuweisen. Der zweite Durchgang begann dann etwas besser für die Gäste. Benta lepp spielt mit Harit hier zusammen. Der hat dann die Übersicht McKennie auf Haji Wright. Und der macht das 1 zu 0. Hatte den 1 zu 2 Anschlusstreffer auch schon erzielen können gegen Bayer 04 Leverkusen. Und jetzt macht der eigentlich in der zweiten Mannschaft spielende Haji Wright sein zweites Bundesliga-Tor. Schön gemacht. Und die etwas kuriose Sturmkombination aus Weston McKennie und Haji Wright erzielt hier den Treffer. Hatte es ja auch schon in dieser Kombination gegen Leverkusen gegeben. Der Eckstoß. Der dann am Ende das 1 zu 2 bedeutete. Was war jetzt mit Stuttgart los? Viel kam aktuell nicht mehr. Sondern Schalke wollte das 2 zu 0 erzielen. Der Ball geht da irgendwie durch auf Harit. Der versucht es dann aus Spitzenwinkel. Aber Ron-Robert Zieler war zur Stelle nach dieser wirklich langen Flanke von Caligiuri. Der war extrem weit unterwegs. Aber Zieler war aufmerksam. Doch Schalke blieb dran. Wollte den Treffer nachlegen. Es wäre jetzt auch denkbar und durchaus verdient gewesen. Nochmal Daniel Caligiuri mit der Flanke. Die wird dadurch gefährlich, dass er sie gar nicht richtig platziert. Und Zieler dann aufpassen muss, dass ihm der nicht im kurzen Winkel um die Ohren fliegt. 10 Minuten noch zu spielen. Nochmal Schalke. Weston McKennie missglückte Flanke. Und auch das wurde wieder gefährlich. Und das ist ein bisschen sinnbildlich für diese Partie. Meistens wurde es eher unfreiwillig mal dramatisch. Stuttgart kam jetzt nochmal in der Nachspielzeit. Ein Punkt wäre hier drin gewesen. Nicht unbedingt verdient. Und Akolo versucht es, dann versucht es, dann aber Nastasic passte auf und verhinderte sogar den kompletten Torschuss. Es blieb beim 1 zu 0. Der FC Schalke 04 kann endlich mal wieder gewinnen und das durchaus verdient. Im zweiten Durchgang waren sie die klar bessere Mannschaft. Um die Situation von Hannover 96 vor allem auswärts nachvollziehen zu können, musste man sich nur den Freistoß von Philippe in der 90. Spielminute gegen Freiburg anschauen. Der gegen sowas von in die Wicken und damit eben das 1 zu 1 am Ende. Hier startete Mann deutlich besser. Und zwar so in der fünften Spielminute durch Bobby Wood. Sein viertes Saisontor. Auch er in dieser Saison nicht vom Glück geprägt. Konnte jetzt aber erstmal die HDI Arena zur Freude bringen. Düsseldorf, die es tatsächlich zustande brachten, Borussia Dortmund zu schlagen, standen hier noch gar nicht so richtig auf dem Feld die Spieler von Friedhelm Funkel. Und die Anfangsphase der Niedersachsen wirklich stark gestaltet. Weidernd mit der Flanke, Bobby Wood mit dem Kopfball und 2 zu 0. So schnell geht es dann und in der elften Spielminute hatte Bobby Wood schon seinen Doppelpack. Häufig passiert es ja Mannschaften, nachdem sie gegen starke Teams gewonnen haben, wie Dortmund, wie Bayern, dass man danach dann ein bisschen die Luft rausbekommt. Und so war es auch hier zu Anfang. Aus Düsseldorfer Sicht nicht wirklich ein gutes Spiel, was sie hier an den Tag legten. Jetzt aber mal endlich ein Offensivzeichen von den Gästen. So Botka auf Oliver Fink. Luke Bakio auf Takeshi. Usami aber, das war da nicht wirklich gefährlich. Den trifft er nicht optimal. Bei glitschigem und nassen Rasen war es aber auch nicht wirklich einfach, meiste Zeit hier den Halt zu bewahren. Jetzt kam nochmal Hannover, 10 Minuten vor der Pause. Bobby Wood, der will doch nicht etwa einen Dreierpack erzielen. Will er natürlich schon, aber in der Szene war er doch recht weit davon entfernt. Weidand duckt sich noch weg, aber Rensing hatte das alles im Blickfeld. Zweiter Durchgang, jetzt wurde Fortuna Düsseldorf noch frecher. Luke Bakio und Fink im Zusammenspiel. Dodi Luke Bakio legt nochmal zurück. Gut den Ball dort in der Szene festgemacht. Zu Botka auf Oliver Fink und der mit dem 2 zu 1 Anschlusstreffer in der 58. Spielminute. Die Hoffnung und der Glaube bei der Gastmannschaft war zurückgekehrt und bei Hannover schlotterten jetzt natürlich die Knie. Nicht unbedingt diesen 2-0 Vorsprung noch komplett aus der Hand geben zu wollen. Ist ja auch klar, sie stehen weit unten in der Tabelle. Und Düsseldorf roch jetzt Lunte. Luke Bakio. Dodi Luke Bakio auf Usami. Und Michael Esser ist in dieser Szene der Retter für Hannover 96. Ganz wichtige Szene. Da ist er schnell genug unten. Kann sich zu Recht feiern lassen. Doch Düsseldorf blieb dran. 20 Minuten noch auf der Uhr. Sorgfeld. Beziehungsweise köfft genau vor die Füße von Luke Bakio dem Feld. Da gar nicht so eine schlechte Idee ein. Per Seitfallzieher versucht das da zu klären. Aber Esser ist da mit seinem linken Fuß. Pariert das dann. Dann konnte Hannover es besser machen. Den Ball vom eigenen Tor festhalten. Hier hätte es eventuell sogar noch Strafstoß geben können. Eihahn mit dem Ellenbogen. Aber es war für Hannover 96 irrelevant am Ende des Tages. Sie gewinnen mit 2 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf. Auch wenn die Fortunen besser waren in der zweiten Halbzeit. Das 2 zu 0 war einfach das Todesurteil. Der 1. FC Nürnberg musste sich gegen Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 0 geschlagen geben. Und die Freiburger waren auch nicht so richtig zufrieden mit dem 1 zu 1 gegen Hannover 96. Diese Partie brauchte etwas um aufzuwachen. Und dann hatte die erste Möglichkeit der Gastgeber. Palacios Martinez testet da mal Schwolo, weil Koch den Ball direkt serviert. Aber Glück in der Szene für die Breisgauer. Aber der anschließende Eckstoß wieder für Gefahr sorgend. Und zwar so Srelak gegen Franz. Und Srelak im Nachschuss mit dem 1 zu 0. 26. Spielminute. Adam Srelak, Ishak-Vertreter mit seinem dritten Saisontor. Und ein ganz wichtiges im direkten Duell gegen den Abstieg. Das Max-Morlock-Stadion war natürlich in heller Freude. Aber Srelak kommt da zweimal zum Abschluss. Einmal per Kopf setzt er sich dagegen zwei Gegenspieler durch. Und der Nachschuss ist dann auch direkt für ihn auf dem Fuße serviert. Und so stand es dann 1 zu 0 verdientermaßen. Und sie wollten jetzt einen drauflegen. Palacios Martinez auf André Petrak, der aus dieser Szene und diesem Platz, den er dort hatte, zu wenig macht. Zweiter Durchgang, Freiburg wachte jetzt endlich mal auf Waldschmidt und Höhler. Dann ist Petersen da. Genialer Ball auf Luca Waldschmidt. Ausgleichstor in der 48. Spielminute. Kein Abseits in dieser Szene. Und das 1 zu 1 dann doch irgendwie aus dem Nichts. Da konnten sie sich natürlich feiern lassen. Das war extrem schmeichelhaft für den SCF. Und bitter für Nürnberg. Die ist versäumten vor der Pause, den zweiten Treffer zu erzielen. Dann wäre so ein Treffer noch eher zu verkraften. Aber es stand jetzt eben Remy. Und das wollte man unbedingt verhindern, dass es so auch nach 90 Minuten steht. Und so spielten sie dann nur wenig später wieder strikt nach vorne. Missijan und Adam Srela. Gute Partie. Dann Palacios Martinez von Mateus Pereira bekommt er den Ball wieder. Und der streift haarscharf am Pfosten vorbei. Super Szene und wirklich eine tolle Partie der Kloberer. Aber es fehlte aber der zweite Treffer und die Führung. Jetzt kam Freiburg nochmal nach Standards etwas gefährlicher nach vorne. Wir sind schon in der Schlussphase. 83. Spielminute. Franz legt sich den Ball zum Eckstoß zurecht. Und bringt ihn dann auch Höhe Elfmeterpunkt an den Mann. Das ist dann Koch mit keinem verkehrten Kopfstoß. Der aber nicht den wünschten Erfolg brachte. So schlecht war er aber nicht. Und jetzt konnte Freiburg, weil Nürnberg gewinnen wollte, nochmal kontern in der Schlussminute. Höhler. Lukas Höhler muss eigentlich in die Mitte spielen. Macht es dann selber. Und scheitert an Fabian Bredlow. Der in dieser Szene zumindest den Punkt für Nürnberg festhält. Am Ende war es nochmal eine Zitterpartie tatsächlich für den Klub. Das 1 zu 1 geht dann am Ende des Tages so in Ordnung. Trotzdem war für Nürnberg mehr drin, aber für den SC Freiburg eben in der 90. dann auch noch. Eintracht Frankfurt musste am Ende mit dem 2 zu 2 gegen Mainz 05 leben. Ging unter dem Strich in Ordnung. Es war eine tolle und unterhaltsame Partie. Und der FC Bayern München schlug RB Leipzig im Spitzenspiel. Und wollte hier von Beginn an ein dickes Zeichen setzen in Richtung BVB. Koman erzielte auch früh das 1 zu 0, das aber zurückgepfiffen wurde, weil er sich in dieser Szene im Abseits befand. Sonst ein sehr guter Ball von Goretzka. Wir sehen es aber deutlich im Abseits. Und Koman nicht mit dem Treffer. Dann versuchte es Frankfurt mal ein Zeichen nach vorne zu setzen. Jovic mit der Flanke. Aber Hummels war da und der machte eine gute Partie. Allgemein die Verteidigung in der ersten halben Stunde von Bayern. Dann extrem kompakt gegen die starke Attacke von den Frankfurtern. Kingsley Coman kann hier durchs Mittelfeld spazieren. Noch ein Übersteiger legt ab auf Lewandowski. Der legt sich den Ball da selber hoch. Und dann versucht er es da mit dem Abschluss. Aber Kevin Trapp war da. Fünf Minuten vor der Pause nochmal der FCB. Lewandowski legt rüber zu Thomas Müller. Und der zieht einfach mal flach ab und macht in der 42. Spielminute das 1 zu 0 für die Gäste. Verdient war es auf jeden Fall. Die Gäste hatten mehr Spielanteile in der gegnerischen Hälfte. Und das ist dann ein sehr guter Abschluss von Thomas Müller. Kann man nicht anders sagen. Gut platziert. Und Kevin Trapp rechnete eben nicht mit dem Ball in diese Partie des Tores. Es stand also zur Pause 0 zu 1. Eintracht Frankfurt sollte sich jetzt in der zweiten Halbzeit verbessern. Um hier eben noch was rauszuholen. 52. Spielminute und sie wurden tatsächlich besser. Jovic auf Fernandes. Kein schlechter Abschluss. Und das war schon mal der Warnschuss für Manuel Neuer. Die L von Adi Hütter wurden jetzt richtig stark in dieser Phase. Etwas über eine Stunde gespielt. Gacinovic und dann Philipp Kostic. Liegt zu Gacinovic. De Guzman, dann Haller mit diesem Ball. Und Kostic mit etwas Glück zum 1 zu 1. Zweites Saisontor für Philipp Kostic. Hat er auch beim letzten Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen getroffen. Und die Eintracht macht die hier das hochverdiente Ausgleichstor. Gacinovic, De Guzman unter leer. Mit diesem Ball überwindet er alle. Hummels steht nicht ganz richtig. Kostic hat Glück, dass er da neuer tunnelt. Der sich den Ball noch so halb selbst ins Nest legt. Wie konnte jetzt die L von Niko Kovac damit umgehen? An seinem alten Arbeitsort. Sie versuchten es direkt zu antworten. Goretzka auf Lewandowski. Dann Thiago und wieder so ein Flachschuss aus knapp 16 Metern. Und wieder führt er zu einem Tor. 68. Spielminute. Thiago Alcantara mit der Führung für die Gäste. Super Abschluss. Und für Trapp wieder nichts zu halten. Er ist noch dran mit den Fingerspitzen, aber kann ihn nicht mehr in die rechte Bahn lenken. Viertelstunde vor dem Ende. Frankfurt versuchte es aber weiter. Gute Partie jetzt im zweiten Durchgang. Extrem ausgeglichen. Danny Da Costa legt den Ball auf Alea. Der Abschluss von Jovic ist da. Treffer hätte nicht gezählt. Gute Parade dennoch von Neuer. Es war eine Abseitssituation. Aber es waren immer wieder gefährliche Bälle von Frankfurt in die Spitze. Und eigentlich hätte es dann noch zum 2 zu 2 reichen müssen. Hätte es auf jeden Fall können. Jetzt kam aber Bayern am Ende nochmal zur Entfaltung. Falett mit dem Fehler. Kimmich passt auf. Thiago legt rüber zu Lewandowski. Der aber in der Szene glücklos bleibt. Und nicht seinen Treffer hier erzielen kann. Am Ende steht ein 2 zu 1 für Bayern München. Ein harter Kampf. Ein tolles Spiel. Besonders im zweiten Durchgang endet. Nicht unverdient mit 2 zu 1 für die Gäste. Trotzdem hat Frankfurt eine tolle Partie abgeliefert. Muss sich aber dann mit 0 Punkten zufrieden geben. Der VfL Wolfsburg mautert sich in den letzten Wochen zur richtig guten Bundesliga-Mannschaft. Schon wieder haben sie gewonnen. Diesmal schlugen sie den VfB Stuttgart. Hier wollten sie gegen Augsburg den nächsten Dreier festmachen. Versuchten es hier erstmal den Ball vorne festzumachen. Mimidi, Giavogi und Ginczek steht natürlich da, wo ein Torjäger stehen muss. Dafür ist er bekannt. Fünfte Spielminute, sein sechstes Saisontor. Und somit die frühe Führung für die Wölfe, die hier auch besser in der Partie waren. Augsburg machte jetzt nicht das beste Spiel ihrer Bundesliga-Karriere. Sie versuchten trotzdem nach vorne zu spielen und irgendwie Möglichkeiten zu erarbeiten. Beim 2 zu 2 gegen Hertha hat es ja zumindest zu zwei Toren gereicht. Kuh dann mal mit der Flanke und da ist aber kein Abnehmer. Gregoritsch kommt einen Schritt zu spät und Castels kann den Ball ganz einfach festhalten. Etwas über eine halbe Stunde jetzt gespielt. Daniel Ginczek legt den Ball auf Roussillon. Der ist mitgelaufen und in der Mitte kommt dann der Abschluss noch nicht zustande. Ginczek nochmal Arnold. Giavogi hat versucht es. Da fällt dann letztendlich William. Der Ball auf dem Fuß. Aber nicht perfekt platziert. Ein großes Durcheinander in dieser Szene. Lute behält die Übersicht, klärt zur Ecke. Stand zur Pause 0 zu 1. Das verdiente Resultat, weil Wolfsburg eben durch den frühen Treffer und eine gute Leistung erstmal in Front war. Im zweiten Durchgang wollte es Augsburg jetzt besser machen. Das sollten sie auch deutlich verbessern im Gegensatz zum ersten Durchgang. Dann aber wieder so eine Szene. Diesmal Castels mit einer kleinen Unsicherheit nach Flanke von Gregoritsch. Aber es ist kein Augsburger da. Diesmal kommt Finn Burgesson einen Schritt zu spät. Keine halbe Stunde mehr zu spielen und dann der VfL Wolfsburg nach dem Eckstoß zu dieser Möglichkeit. Arnold, klasse Abschluss. Lute aber auch mit einer tollen Parade. Gute Aktion von beiden. Der hätte auf jeden Fall gepasst. Jetzt kam auch nochmal der Gastgeber nach vorne. Max und dann André Hahn mit dem Ball auf Michael Gregoritsch. Aber zu harmlos dieser Abschluss. Ist zwar platziert, aber eben zu sanft geschossen. Keine zehn Minuten mehr auf der Uhr. Augsburg war dann hinten relativ ungeordnet. Giavogi. Lute wehrt den Ball ab vor die Füße von Daniel Ginczek. Und mit dem siebten Saisontor des Stürmers wurde dann hier diese Partie auch entschieden. Roussillon mit der Flanke. Giavogi scheitert an Lute. Der Nachschuss von Ginczek ist dann drin. Und sie drückten jetzt nochmal die Elf von Bruno Labbadia mit der Möglichkeit zum 3 zu 0. Und Jérôme Roussillon macht das dann auch klar. Sein zweites Saisontor. Der linke Verteidiger also wieder erfolgreich. Das Ergebnis geht dann im Endeffekt auch in der Höhe in Ordnung. Der FC Augsburg machte keine gute Partie. Und die Elf von Bruno Labbadia war perfekt eingestellt. Und beendet die Hinrunde mit einem super Resultat. Und setzt sich damit um den oberen Tabellendrittel erstmal weiter fest. Hoffenheim gegen Mainz. Der Abschluss des 17. Spieltages. Die letzte Bundesliga-Partie im Jahre 2018. Und sie sollte nicht sonderlich gefühlvoll oder interessant losgehen. Wir sind schon fast eine halbe Stunde in der Partie. Dann versucht es Mainz tatsächlich mal mit einem Vorstoß. Aaron Martin auf der linken Außenbahn kriegt keinen Druck. Aber Adams Nuhu ist dazwischen. Und es kam Unruhe auf. Bei Hoffenheim ist man ja auch mal wieder dazu angefasst zu gewinnen. Nicht unbedingt gut in dieser Szene oder in dieser Phase der Partie. Jetzt kamen sie 5 Minuten vor der Pause endlich mal vors Tor. Und zwar Nico Schulz mit dem Abschluss. Kein Problem aber für Robin Zentner. Den fängt er ganz locker ab. Wir springen schon in den zweiten Durchgang. Mainz 05 war die bessere Mannschaft. Hatte aber noch keine Möglichkeiten jetzt. Kam sie aber. Latzer mit der missglückten Flanke. Und dann Mateta. Der doch noch mit dem Kopf rankommt. Sich lang macht. Den langen Hals hier riskiert. Und der hätte auch gepasst. Aber Baumann, der etwas zu weit vor seinem Kasten stand, passte auf. Jetzt gab es in der 55. Spielminute einen Eckstoß von der rechten Seite. Gefährlich reingetreten auf den zweiten Pfosten. Baumann läuft unterm Ball hinweg. Und Robin Quaison passt auf. Viertes Saisontor für Robin Quaison. Ja, auch gegen Frankfurt unter der Woche erfolgreich gewesen. Und jetzt macht er hier die Führung für die Elf von Sandro Schwarz. Absolut verdient. Gute Auswärtspartie. Extrem kompakt in der Verteidigung von Mainz 05. Und jetzt schlugen sie auch zu. Gute Aktion. Wie er sich da absetzt am zweiten Pfosten. Aber Baumann sieht auch nicht unbedingt glücklich aus. Hätte es irgendwie verhindern können, dass der dann einschlägt. Legt zum 0 zu 1. Hoffenheim wachte jetzt auf Stunde gespielt. Sie versuchten es zumindest. Muss man aber auch erwarten. Joel Linton dann mal auf Kade Rabeck. Der hatte eine hundertprozentige Möglichkeit in der Schlussminute gegen Bremen. Ähnlich schwach, muss man jetzt leider sagen. Versäumter ist hier, den reinzumachen. Mainz war aber weiterhin die bessere spielerisch überlegende Mannschaft. 67. Spielminute. Der Abschluss von Mateta wurde hier noch abgefälscht, sodass keine Gefahr entstand. Keine zehn Minuten mehr zu spielen und von Hoffenheim weiterhin sehr wenig nach vorne. Dann stattdessen wieder Mateta. Super Abschluss. Tolle Parade von Baumann. Der konnte einem nämlich teilweise leidtun. In der Nachspielzeit war er nochmal Mateta. Und diesmal wurde er belohnt. Jean-Philippe Mateta in der 94. Spielminute mit seinem fünften Saisontor machte er hier alles klar. Die Tribünen leerten sich. Hoffenheim war geschlagen. Und es war keine gute Heimpartie der Elf von Julian Nagelsmann. Baumann kann sich strecken, wie er will. Er reicht den Ball nicht mehr. Zumindest nicht entscheidend. Und so entführen die Gäste hochverdient einen Dreier aus der Wörsel-Rhein-Neckar-Arena. Und damit starten sie perfekt in die Winterpause. Hoffenheim hingegen muss sich dann für die Rigserie etwas Besseres einfallen lassen, als das, was sie hier heute leider gezeigt haben. Jo, das war die Prognose zur Bundesliga. Jetzt ist ja erst mal Winterpause. Ihr könnt oben noch abstimmen, ob ihr euch für die Premier League interessiert. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich das ein paar Leute anschauen würden. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen, Abo und so weiter. Ansonsten bis zum nächsten Video und Tschüss. Abo und so weiter.